Hi! Oh mein Gott, dieses Video wollte ich jetzt schon lange drehen und habe es ungefähr schon fünfmal gedreht und nie bin ich auf den Punkt gekommen und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe im Vlog ja schon angekündigt, dass ich ein Video mache zu diesem Thema und zwar habe ich jetzt einen zweiten YouTube-Kanal. Einen zweiten YouTube-Kanal, den ich genauso wie diesen hier mit Herzblut betreiben werde. Ich werde diesen YouTube-Kanal hier niemals aufgeben, denn er ist einfach mein Baby und ich besitze ihn schon so lange und deswegen habe ich jetzt einen zweiten gemacht, der rund um das Thema Bücher geht. Ursprünglich hatte ich nämlich diesen Kanal hier auch mal als einen Buchkanal angefangen. Das wurde mir allerdings dann bald zu bunt und ich wollte lieber einen Kanal, der bunt gemischt für alle da ist. Und deswegen gibt es jetzt etwas Neues. Und zwar heißt der Kanal Buchgeduschel. Dort wird natürlich alles rund um das Thema Bücher kommen. Buchvorstellungen, Buchreviews, Buchneuheiten, Want-to-read-Listen, Wunschlisten, Lesemonate und weiß der Teufel nicht noch was und später dann wahrscheinlich auch Mangas. Hier auf diesem Kanal kommt aber immer noch ein bisschen was über Mangas. Der andere Kanal ist eher was für Buchfreunde. Es ist also ein Bookstagram-Account und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dort vorbeigucken kannst. Wenn dieses Video hier online geht, dann habe ich schon ein paar Videos auf dem anderen Kanal auch online, hoffentlich. Bis jetzt sind es nur zwei, aber ich gebe mir Mühe, den auch jede Woche zu betreiben. Also, ich bin so aufgeregt und hoffe, dass wir uns wiedersehen auf dem anderen Kanal. Er ist jetzt im Übrigen hier verlinkt und ihr könnt da vorbeigucken und dann abonnieren. Bis dann!